Gut 80% der heutigen Informationen befinden sich immer noch auf Papier. Bis wir ein Papierdokument finden, suchen wir im Durchschnitt 18 Minuten. Und wenn es ordnungsgemäß abgelegt ist, dauert es immer noch etwa 10 Minuten, bis wir es in der Ablage geortet, entnommen und erneut wieder abgelegt haben. Mit digitalen Suchtools lässt sich dieser Zeitaufwand zwar erheblich reduzieren, aber finden solche Tools auch in PDF-Dateien eingesperrte Informationen? Für eCopy PDF ProOffice ist das kein Problem. Es durchsucht einzelne oder gleich mehrere PDFs und verwendet dabei auf Nummernfolgen, Daten- oder E-Mail-Adressen basierende Suchvorlagen. Die Suchergebnisse vom einzelnen Wort bis hin zu mehreren Sätzen können im Dokument hervorgehoben, durchgestrichen oder unterstrichen werden. Sie können auch eigene Suchvorlagen erstellen. Sehen wir uns das genauer an. Nehmen wir an, ich suche die E-Mail-Adresse eines Lieferanten. Alles, was ich habe, ist eine Rechnung, die als PDF-Datei auf meinem PC abgelegt ist. Wir klicken in der Hauptmenüleiste von eCopy PDF ProOffice auf Datei und dann auf Öffnen, um die PDF-Datei zu öffnen. Das funktioniert natürlich auch mit dem Symbol Datei öffnen in der Hauptwerkzeugleiste. Dann klicken wir in der Hauptmenüleiste auf Kommentare und danach auf Textmarkierungen und wählen den Befehl Suchen und Markieren. Ein Dialogfenster wird eingeblendet, in dem wir angeben können, wonach und wo gesucht werden soll. In unserem Fall soll das aktuelle Dokument durchsucht werden. Wir werden die Option Looks like Search verwenden und eine Suchvorlage auswählen. Für unsere Suche wählen wir die Vorlage E-Mail-Adresse. Im Dialogfenster wird eine kurze Erklärung zum Format von E-Mail-Adressen angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Suchen und Markieren wird ein neues Dialogfenster mit den Suchergebnissen eingeblendet. Sie können nun einen Markierungstyp, also Hervorhebung, Unterstreichung oder Durchstreichung auswählen oder eine neue Suche starten. Wir möchten unsere Suchergebnisse hervorheben. Anschließend klicken wir auf Alle auswählen und dann auf Auswahl markieren. eCopy PDF Pro Office hebt jetzt in unserem Dokument alle Stellen hervor, die wie eine E-Mail-Adresse aussehen. Wir können dieses Dialogfeld jetzt schließen. In unserem Dokument wurden zwei Textstellen hervorgehoben. Diese Suchfunktion kann natürlich auch in umfangreichen, mehrseitigen Dokumenten verwendet werden.